Ja, was gibt es denn jetzt? Mama, es geht um die Ausbildung. Oh, da setze ich mich jetzt. Das könnte länger als Gespräch werden. Ja. Was ist denn jetzt mit der Ausbildung? Schatz, du brauchst dich nicht setzen. Du kannst die Kinder abholen. Ich will das aber auch gehen. Ja, die... Ey, du bist wie so ein Waschweib. Wie? Wieso? Wie der Nachbar, der dir die ganze Darmfenster hängt. Du musst alles mitkriehen.